So Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. In dieser Folge jetzt wollen wir uns den Damien schnappen. Die alte Sau. Denn er hat uns das alles eingebrockt, dieser Hund. Ach nö, jetzt habe ich das Radio aus, trotzdem läuft es umgekehrt weiter. Hoffentlich ist es nicht GEMA-pflichtig, ansonsten könnte ich ihn wieder... ...mich aufhüben. T-Bomb. Ich habe gerade auf meinen Zug gewartet, bis das Licht ausging. Ich garantiere, das ist nur der Anfang. Damien hat vollen Zugang. Nur über meine Leiche. Ich lasse mein CTON-Baby nicht von so einem durchgeknallten kaputt machen. Es gibt eine Schwachstätte, die er nicht kennt. Geh dorthin und fahr es runter. Das sollte seine Brücke durch den ganzen Subway werden. Ich denke, schön, dass du zurückgehst. Holler probiere ich erst gar nicht. Wui, ging gar nicht hoch. Das ist aber cool. Ich hätte das gedacht, die gehen hoch. Ich hätte jetzt echt gedacht, die gehen hoch. Ich hätte aber auch Platz hier. Noch eine Ampel gestört. WTOS. Ein wunderbar menschlicher Hintergeist. Alter, was war das? So. Modellstadt für Modellbürger erzeugt. Ich frag mich, was Bloom zur Bedrohung durch Hacker sagte. Harte Debatte, ganz sicher. Hacker? Ach, Quatsch. Unser CTOS ist das fortschrittlichste. Blabidi-blablabla-blabla. Hybris, Aiden. Mach deine Dimmer fertig. Aber das kennst du jetzt für Knügel, stimmt's? Scheiße. Uh oh. Woohoo. So, ich sehe es eh kommen bis ich da oben bin. Ist ja eh schon wieder weiter. Alter, gibts mal alle aus dem Weg hier. So, hacken, 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 jawoll. So, Damien. Jetzt bist du dran. Ich bin dran, ach du Scheiße. Alter, die haben ja alle eine Zeitbeschränkung drin. Echt fies. Zack. Zack. Was? Scheiße, ich komme nicht durch die Firewall. Vielleicht hat T-Bone eine Idee. T-Bone? T-Bone, Bro. Er hat uns ausgesperrt. Ich muss ihn schnell ausschalten. Ah, Scheiße. Ich habe ne Idee, aber beim letzten Mal sind es Menschen gestorben. Wenn wir es nicht tun, sterben Menschen. Was ist es? Das gesamte Netzwerk ist mit einem Satelliten verbunden. Als Sicherheitsventil des CTOS. Ich habe ein ganz breit in mir aus. Wirklich böser Schweinehund. Du musst ihn von drei separaten Orten installieren. Was stellt ihr an? Er schaltet einen Mann aus. Das ist sicher. Das kann hässlich werden. Du hast ja keine Ahnung, Amigo. Melde dich, wenn sie installiert sind. Wir machen das richtig. So, ist da eine Straße? Okay. So. Welche nehmen wir zuerst? Ich würde sagen das da. Die goldene Mitte. Dachtest du wirklich, du könntest mich so leicht aufhalten? Enttäuschend. Ich hielt dich für viel klüger. Aber nun sehe ich, dass du genauso bist wie alle anderen. Alter. Ah, Bestrafung durch Schweigen. Ich würde noch Zeit mit emotionalem Wagen. Wer weiß, was ich in dem Zustand tun werde. Alter. Was fährt denn der Typ für ein Film hier? Bring mich in Stahlbrand. Na los! Du bist doch besser. Alter Leute. Jetzt halt mal irgendwas an. Ich brauche hier ein verdammtes Auto. Er versucht mich zu fremden. Konzentrier dich nur auf einen Ort. Oh scheiße. Oh scheiße. Nein, mach es nicht. Doch. Alter Scheiße. Macht der doch. Macht der doch. Alter Autos. Haltet an. Ihr dreckigen Autos. Scheiße. Was soll ich das? Schissen Helikopter da. Alter. Was geht mit euch? Ab. Halten Sie das Wassergang sofort. Ich habe Probleme. Wenn du noch weiter so dumm hast, hast du wirklich gleich Probleme. So. Ah. Sorry für die harten Ausdrücke. Ich versuche mich zu bändigen. Platz da. Platz da. Platz da im Rennon. Alter. Platz da. Wir sind wieder. Baaaaaa. Nein, du knallst mich jetzt nicht ab. Ja, Upload. Komm schon, Upload. Die Stadt gehaucht mir auf jeden Tag einen Druck. Meine ich. Alter, und wo... Ich bin beeindruckt. Was war das? Irgendein Virus? Du hast dich mit dieser Hacker-Sache ganz schön angefreundet. Hör doch auf, Aiden. Du verstehst doch gar nicht, was ich hier... So. Alter Scheiße. Alter Schlappe. Ach, du Kacke. Ist ja echt alles voll jetzt damit. Na klar, dann wirst du diese Stadt zerstören. Nein, nicht zerstören. Vertrapellen. Damit jeder spürt, wie es ist, wenn einem die Zukunft genommen wird. Und für dich spare ich das Beste auf Partner. Ihr sprecht die Polizei. Alter, jetzt geht mal alle aus dem Weg hier. Wir haben ihn. Ich rufe Stärkung! Scheiße. Ey, das ist... Ein Hochleistungswagen hat die Verfolgung bereits aufgenommen. Ich kann hier nichts ausrichten. Das sind... zigtausend Cops. Wer will denn Kredi? Boah! Alter, das... Alter! Das wird ne richtig krasse Nummer. Ne richtig heftige Mission ist das. Wenn es doch nur wenigstens nach jedem Upload wieder einsteigen wird. Ich habe aber jetzt nicht drauf geachtet, ob es automatisch speichert. Ja. Eins, zwei... Ha! Das tut tatsächlich nach jedem wieder neue einsteigen. Das ist natürlich cool. Rausziehen! Das ist gar nicht cool. Das ist gar nicht cool. Wenn das machen will, dann muss ich mal einen Fall suchen. Hab ichacamcoms?! Hab ich welche? Okay, ne! Jamcoms. Null. Null verdammt Jamcoms. An alle Einheiten, eine Ausleistungskatroll hier ist am Verdächtigen dran. Hähä. Wer will denn keine, Smart City? Sieht aus, als hättest du deine Hacker-Brown gar nicht gebraucht. Na? Schlimm ist aber, ich komm hier nicht mehr raus. Jetzt bin ich gleich ein toter Mann. Ich sehe, was du tust. Läge deinen kleinen Virus hoch. Ah, kacke. Bis zufällig noch einer von euch, wer es war. Welches? Ich weiß nur, es war hier unten in die Richtung eher, aber ich weiß nur welches. Ah, scheiße. Scheiße, auf jeden Fall muss ich mal da runter. Da oben und findet mich. Dann kommst du zur Haare des Alpes. Stimmt da. Ah, da kloppte mal ordentlich was rein. Hier am Ziel. Ich sehe dann. Sie ist ja tot. Oder nicht? Na, probier's ausheben. Gib dein Bestes und ich geb meins. Und dann kannst du im nächsten Leben damit angeben. Ich hab euch im Auge. Da. Alter, der Kopf auf einmal her. Hupaa. So. Nein. Nein. Alarm an alle Einheiten. Er hat sein Fahrzeug verlassen. So was? Ja. Hat sein Fahrzeug verlassen? Ach echt? Der Verdächtige ist auf dem Wasser. Aber mit Fliegsterbung. Alter, wo ist der Helikopter? Da hinten. So. Irgendwie muss ich da rüber kommen jetzt. Ohne dass mich der Helikopter erwischt, ne? Huhu. Das ist ja reiner Nervenkitz. So. Oh Gott, ich werde schon wieder beschossen. Nö, ich kann nicht einfach aufschieben. Nö, ich kann nicht einfach aufschieben. Nö, nö. Oh Gott. Oh Gott. So. Oh Mann. So. Tschüss Jums. So. Was man nicht alles macht, ne? Was wird hier raus? Wusstest du, dass die meisten Menschen das CTOS laut Umfragen für sicher halten? Sein Stände hier sprechen immer wieder. Achtung! Wir brauchen einen! Danke! Was ist denn mit der Brücke auf dem Ufer? Da kommt schon noch das kleine Stückchen. Wir brauchen eine Fahndung für die Verdächtigen. Wir brauchen eine Fahndung für die Verdächtigen. Gerade egal ob die Ampel gestellt ist. Ich muss nur ein Scheißdinger um den kleinen Virus da reinzusetzen. Da kommt schon wieder lauter CTOS-Cans. Alter, das ist echt ganz ganz grob. Und es ist zu wenig die Anzahl der Gäste. Alle Einheiten in der US-Präsentation der Verdächtigen wird übermittelt. An alle! Eine Hochleistungspatritte ist auf dem Weg zu seinem Standort. Ah, so lange dann komme ich sogar mit der Autosteuern ins Recht. Ah shit. Der Seiden hat wieder so geschissen. Die Cops hier. Hacken da ist Hacken. Alter, wie komme ich da rein? Kommt durch rein. Das will ich wenigstens noch schaffen, das wäre ja... Ich lache, wenn ich das nicht... Alter. Ich lache, ich lache, ich lache, ich lache, ich lache. Alter. Ich lache, ich lache, ich lache. Der hat seinen Vortrag verlassen. Gibt es aber flott. Verdächtiger vor Ort, wir sehen ihn. Juhu. Ich lache. Boah. Geniale Verteidigung ist der beste Angriff. Ja. Das denkst du. Warte mal, bis der Virus oben ist. Und wehe, denn der Virus fällt ab. Hoffen wir, weil du es abbrichst. Ich stehe gleich was ab. Warte. Meinst du die Cops hier? Hm. Schicken sie 11 Folgen ab und vor, die das die TOS hacken. Geil. Klasse. Würde ich aber sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut und haut rein. Euer Christian. лаг Corinne 1 Baet. Ja. Ga. Jay 1 Bis zum nächsten Mal.